Die Gemeinde Hätte ich das gesehen, da fällt ein Schleier und wir sehen, was Sache ist, was wirklich abgeht und all unser Tun, Machen und Denken zuvor ist durchkreuzt. So, liebe Gemeinde, ist es in der Geschichte von einem Esel und einem Engel und Bileam, dem störrischen Mann, der seine vermeintlich störrische Eselin reitet und flucht und sie schlägt. Und die Eselin geht keinen Meter vor, bis, ja, bis dieser Bileam sieht, dass ihm da eine unsichtbare Macht im Weg steht. Der Engel des Herrn mit dem Schwert, so heißt es da. Das Tier ist klüger als sein Reiter. Es sieht das Hindernis und hält an, aber der Mann ist blindwütig und prügelt die arme Esel. Um diesen Bileam soll es heute gehen und natürlich um den Engel, der ihm im Wege steht und um Situationen, in denen wir entweder vernagelt sind oder es uns plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt. Wer ist dieser Bileam? Ganze drei Kapitel lang wird im Alten Testament von ihm erzählt, im Nummeri-Buch, die Kapitel 22 bis 24. Aus der Zeit, als die Israeliten in der Wüste herumzogen und dann in das gelobte Land hineinzogen und mit einem Volk nach dem anderen in Auseinandersetzungen kamen. Furcht und Schrecken verbreitete sich über sie. Und da kam der König der Moabiter namens Balak auf eine kluge Idee. Er will sich Hilfe organisieren, magische Unterstützung von einem Mann, der sich auf mächtige Worte, auf das wirksame Verfluchen versteht. Und Bileam, der ziert sich erst ein wenig, aber als ihm genügend Lohn versprochen wird, geht er mit. Und Bileam ist also ein engagierter Magier, ein Prophet, wie es heißt. Es geht um Schadenszauber, um die Gegner zu stoppen. Und nun reitet er auf seiner Eselin mit seinem Auftraggeber, entschlossen vorwärts. Obwohl, ja, obwohl ihm vorher eine Stimme Gottes schon gesagt hatte, geh da nicht mit, mach das nicht. Er geht. Bileam sieht nicht, dass ihm der Weg versperrt ist. Die Eselin weicht aus, macht einen Umweg zum Ärger seines Reiters. Der schleppt sie mit dem Stock, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Aber das Tier bleibt immer wieder stehen. Esel können ganz schön störrisch sein, das wissen wir. In einer engen Gasse drückt sich das Tier so ein bisschen an die Mauer. Bileams Fuß wird eingeklemmt. Autsch, was machst du da mit mir? Geh weiter, du störrisches Tier. Da fängt die Eselin an zu sprechen. Was habe ich dir getan? Du bist störrisch. Du treibst Spielchen mit mir. Ich könnte dich umbringen, du störrische Eselin. Aber das Tier lässt sich nicht unterkriegen. Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis heute? War es je meine Art, es mit dir so zu treiben? Bileam wird ein bisschen kleinlaut. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich das nicht gewohnt. Und da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und ich lese aus dem Buch Nummeri 22, die Verse 31 bis 35. Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen. Denn der Weg vor mir führt ins Verderben. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, wollte ich dich jetzt töten, die Eselin aber am Leben lassen. Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt. Ja, ich habe es nicht gewusst, dass du mir entgegenstandst auf dem Weg. Und nun, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, zieh mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich dir sagen werde, sollst du reden. Und so zog Bileam mit den Fürsten Balax. Soweit diese Begegnung mit dem Engel des Herrn, mit dem Schwert, der zu ihm redet und der eigentlich eine Instanz des Redens Gottes ist. Niemand anders als Gott selber steht dem Bileam hier im Weg. Und nach dieser Begegnung ist ihm klar, er kann und darf Israel nicht fluchen. Er kann und darf es nur segnen. Er tut also genau das Gegenteil, und das geschieht nachher, das Gegenteil von dem, wozu er engagiert ist, sehr zum Ärger seiner Auftraggeber. Aber er muss es tun. Die Worte in seinem Mund werden sozusagen umgewendet, vom Fluch zum Segen. Und am Ende dieser Geschichte findet sich dann die Verheißung. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Eine Verheißung, die wir heute bei uns in der Adventszeit lesen, eine Verheißung auf den kommenden Messias. So ist der Bogen dieser Geschichte vom störrischen Mann, der zu einem Schadenszauber gedungen wird, über die Begegnung mit Gott und die Segensworte, die einmünden in die große Verheißung für die Zukunft. Gewiss eine ferne Geschichte. Weit, weit hergeholt, können Sie sagen. Da geht es um Magie und Schadenszauber. Da sprechen Esel und sind klüger als Menschen. Da tritt Gott durch seinen Engel in einen Hohlweg. Bileam, ein ausländischer Prophet oder Schamane, Magier, dessen Name immerhin, wir haben den Namen in einer aramäischen Inschrift aus dem heutigen Jordanien, belegt ist, von dem das Alte Testament eine solche lange Geschichte erzählt. Selbst der ausländische Prophet muss das Volk Gottes segnen und darf ihn nicht fluchen. Ja, das ist eine andere Welt als unsere. Wirklich? Da geht es um Macht und Machtkämpfe. Um politische Klugheit und machtpolitische Tricks. Um Verblendung und plötzliche Einsicht. Und darum, dass Gott letztlich den Gang der Dinge lenkt, und Menschen vor dem Bösen, vor ihrem Untergang beschützt. Ganz so fremd sind uns diese Dinge alle nicht. Und manchmal wünschen wir uns ja diesen Schutz, diese mächtige Hand, die den Rädern in die Speichen greift und das Unheil stoppt. Was kann uns dieser Text sagen über störrische Menschen, über Gott und vielleicht auch über das, was wir Engel nennen? Viel über störrische Menschen. Vielleicht erkennen wir uns ja auch in der Gestalt dieses Bileam. Da geht einer seinen Weg, erst ein bisschen zögerlich und dann immer mehr entschlossen. Augen zu und durch. Er zieht sein Ding durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Er prügelt die Eselin, dass sie läuft. Er will jetzt tun, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Für gutes Geld, für seinen Erfolg. Komme, was da wolle. Das kenne ich. Von anderen, ja und manchmal auch von mir selbst. Und in unserer Welt ist das ja auch immer wieder ein Schlüssel zum Erfolg. Zieh's durch, ohne zögern, ohne immer wieder zur Seite zu schauen. Zieh's durch. Nur so kann man was erreichen. Ja, und wir Menschen können stur sein, wie ein Esel und blindwütig unseren Weg gehen. Aber wenn wir blind sind für die Warnsignale, wenn unsere Sturheit uns einfach weitergehen heißt, dann ist es oft erst eine Katastrophe, die uns zur Einsicht bringt, die uns stocken lässt. Aufwachen. Ein Unfall. Ein Burnout. Eine Krankheit. Eine Beziehung, die zu Bruch geht. Oder was auch immer. Dann, dann gibt es ein spätes Erwachen. Ja, wenn ich gewusst hätte, wo das hinführt. Wenn ich die Signale gesehen hätte. Wenn ich wahrgenommen hätte, wie mein Verhalten auf andere wirkt. Wenn ich etwas früher zum Arzt gegangen wäre. Dann, spät, oft zu spät, gehen uns die Augen auf. Dann wünschte ich, ich hätte auf die Ratschläge der Eltern, der Freunde, der Partnerin gehört. Ich hätte achtsamer wahrgenommen, wen mein Weg zu Schaden bringt und wo mein Ehrgeiz und mein Starrsinn mir selbst schadet. Wie kann mir ein Licht aufgehen? Bei Zeiten, wenn es noch nicht zu spät ist. Manchmal sind es wirklich erst Katastrophen oder Schicksalsschläge. Manchmal helfen mir ungeahnte Begegnungen, die mir die Augen öffnen. Manchmal kommt mir etwas in Erinnerung. Ein Aha-Effekt. Ach, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Manchmal auch ein Bibelwort. Ein Wort, das plötzlich in eine Situation spricht. Wenn, ja wenn wir für diese Worte, diese sanften oder auch weniger sanften, Hinweise offen sind, ist unser Sinn vernagelt, verschlossen, auch für Gott oder lassen wir einreden zu? Und damit sind wir bei der Hauptfigur unserer Geschichte, die da handelt, neben der Eselin und dem sturen Reiter. Gott, der das Geschehen lenkt. Schon vorher hatte er dem Biliam gesagt, er solle sich nicht für diese Sache engagieren lassen. Er tat es trotzdem. Und nun stoppt er ihn auf seinem Weg ganz handfest. Er versperrt ihm den Weg durch einen Boten, wie es heißt, der Engel des Herrn mit einem Schwert in seiner Hand. Und als er selbst das noch ausblendet und nicht wahrnimmt, da bringt ihn die Eselin zum Nachdenken. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, weil Gott ihm die Augen öffnet. Gott bremst den Mann auf dem Weg, der ihn und andere ins Verderben führen würde. Kann Gott das? Tut er das? Und warum so oft nicht? Wie oft wünschen wir uns das, dass Gewalttäter, Tyrannen und andere Mächtige auf ihren Wegen gestoppt würden. Und oft geschieht das nicht. Mächtige und Dreiste können scheinbar ungebremst agieren, ihr Spiel treiben. Warum greift Gott nicht ein? Will er nicht? Kann er nicht? Oder ist er nicht da? Oder anderweitig beschäftigt? Aber was wäre das für ein Gott, der als Weltdiktator agieren würde und alles bremsen und anschieben und lenken würde? Was wäre das für ein Gott, wenn er auch uns so am Gängelband führen würde? Könnten wir einen solchen Gott lieben? Ihm vertrauen? Kaum. Unsere moderne Welt hat sich ein anderes Denken angewöhnt. Ein skeptischeres, in dem Gott nicht vorkommt. Sie glaubt nur, was sie sehen und messen kann. Schon in der Schule wird dieses vermeintlich naturwissenschaftliche Denken eingeprägt. Da ist kein Platz für einen Gott, der eingreift, in der Geschichte handelt oder sich uns in den Weg stellt. Die Bibel hat ein anderes, ein offeneres Weltbild. Das sehen wir in unserer Geschichte. Da greift Gott ein. Nicht immer, aber an bestimmten Stellen. Durch Menschen, durch Worte und gelegentlich auch durch das, was sein Bote, sein Engel genannt wird. Malach, hebräisch, ist der Bote. Da tritt dem entschlossenen Menschen eine Macht in den Weg und will ihn vor einem fatalen Handel stoppen. Da tritt eine Eselin auf, die in menschlichen Worten redet. Das unvernünftige Tier sieht der vermeintlich kluge Mann nicht. Ja, denken wir, sprechende Tiere, die gehören ins Mähren. Gilt dasselbe auch für den Engel des Herrn, für das Reden und Eingreifen Gottes? Aber können wir wirklich damit leben, dass wir nur glauben, was wir sehen, messen und jederzeit im Experiment nachholen können? Oder blenden wir nicht mit dieser geschlossenen Weltanschauung Entscheidendes aus, die Zwischentöne, die Schwingungen zwischen Menschen, Schwingungen, die wir Liebe nennen, Schwingungen, auf die wir achtsam reagieren könnten, sollten. Genauso wie die Zwischentöne zwischen Himmel und Erde, die sich in unserem Inneren, unserer Psyche abspielen. Wie treffen wir Entscheidungen? Wovon lassen wir uns leiten? Ist das alles nur Chemie der Hirnströme, ist das alles nur Ökonomie und Rationalität oder nicht auch Neigung, Vertrauen oder Misstrauen, Sehnsucht oder Übermut, Beziehungen zu Menschen, die uns wichtig sind oder auch zu Gott? Die Werbeleute wissen wohl, wie sie uns Dinge einflüstern können. Unsere Ängste und Wünsche führen uns am Gängelband und bringen uns zu diesem und jenem Kauf und diesen und jenen Entscheidungen. Sollte da nur Gott ausgeschlossen sein und nichts mehr zu sagen haben? Gewiss, die alten Erzählungen der Bibel können nicht beweisen, dass es diesen Gott gibt oder dass er da und dort unzweideutig eingreift. Aber sie lagen uns ein, für Dimensionen offen zu sein, in denen sich mehr abspielt als nur das Handfeste oder das, was in der Kasse klingelt. Die Bibel hat ein Weltbild, das offen ist für diese Dimensionen. Die ganze Antike hatte so ein Weltbild und weite Teile der Welt außerhalb unseres europäischen, von den Axiomen Immanuel Kant geprägten Denkhorizonts auch. Wie sehr lassen wir uns einschränken auf das Sichtbare und Messbare und tun noch so, als wäre das die richtige, moderne und wissenschaftskonforme Haltung, als wäre die Welt eine Maschine und Gott allenfalls noch ihr erster Ingenieur. Oder lassen wir uns einladen zu einer Wahrnehmung, einer tieferen Wahrnehmung, lassen wir uns wieder die Antenne ausrichten auf jene Zwischentöne, jene Schwingungen, jene Worte. Und da muss nun von dem Engel die Rede sein. Und der heutige Michaelistag, der Denktag des Erzengels Michael, wer ist wie Gott? Michael, wer ist wie Gott? Der gibt dazu Anlass. Es ist der Engel des Herrn mit seinem Schwert oder einfach ein mächtiger Bote, eine Macht, die dem Biliam hier im Weg steht. Solche Machtgestalten begegnen in der Bibel immer wieder. Am Eingang des Paradieses oder in dem Text, der in der Schriftlesung gelesen wurde von Michael, der den Satan, den Ankläger aus dem himmlischen Bereich hinausgeworfen hat, ein Bild des Sieges Christi über die bösen Mächte, wo es nachher heißt, lobt, feiert ihr Himmel, denn jetzt ist erschienen die Macht unseres Gottes. Nein, diese Engel, von denen da die Rede ist, sind keine herzlichen Flötenspieler, wie wir sie aus der Weihnachts Dekoration kennen. Keine niedlichen Putzen, wie sie in der Kunst gemalt werden und auch nicht die sanften Figürchen, die in den Esoterik Buch lägen, ihre Abnehmer finden. Es sind Macht erweise Boten, deren Gestalt von Mal zu Mal sehr unterschiedlich ist. Letztlich umschreibt die Rede von Engeln diese Macht Gottes, die gelegentlich furchteinflößend ist. Bileam fällt auf den Boden und die andererseits immer wieder als schützend erfahren wird. Ich kenne einen Menschen, der kein leichtgläubiger Schwärmer ist, ein harter Bergsteiger, den Eis und Fels nicht schrecken. Der erzählt, wie er einmal auf der Autobahn zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos ansetzt und beim Ausscheren am Lenkrad einen kräftigen Gegendruck verspürte, sodass er nicht auf die Überholspur kam. Plötzlich rauscht an ihm ein Falschfahrer vorbei. Es war, als hätte ein Schutzengel ihm das Steuer gehalten. Gott sei Dank. Solche Erfahrungen, vielleicht etwas weniger dramatisch, kennen wir alle. gerade noch einmal davongekommen, vor einem schweren Unfall bewahrt. Das Herz rast noch, aber Gott sei Dank. Nein, das sind keine Gottesbeweise, keine Beweise für die Existenz von Schutzengeln. Aber es sind doch Anlässe zum Dank. Und auch eine Einladung dazu, den Spuren des Redens und Wirkens Gottes in unserem Leben wieder mehr Raum zu geben. Offen zu sein dafür, wo uns etwas gezeigt werden soll, nicht vernagelt und blind zu sein. Dass wir dann, wenn unser Weg ins Verderben zu führen droht, bereit sind, uns anreden zu lassen, dass uns einer die Augen öffnet, uns rettet vor dem Verderben, uns herauszieht. Der Schriftlesungstext redet davon, dass dies in Jesus Christus geschehen ist. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Gott sei Dank. Amen.